Hallo zusammen, hier ist wieder Heutila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assert.navix und zwar wollte ich heute mal meine M-Plus-Kiste im Video aufnehmen und zwar diesmal mit dem Allianz-Char, ich habe ja die letzten x-Male das nur mit dem Hordenschar gemacht jetzt bin ich ein bisschen wieder dran meinen Allianz-Char zu gieren und habe mit dem letzte Woche einen Elver-Key, ja genau, ich habe einen Elver-Key gelaufen und ich hoffe, dass ich ein bisschen Gier rauskriege, ich kann fast alles gebrauchen, wie ihr seht und zwar habe ich ein paar Teile jetzt, die für 15 sind, die ich mir aus dem ersten Boss Mythic beziehungsweise mal hergekauft habe, dass ich mein Item ein bisschen pushen kann heißt, ich bräuchte jetzt quasi ein Item, das an den Slots Handgelenke, Waffe, gut Waffe wäre am besten Trinket wäre noch gut, wäre beziehungsweise es darf halt nicht an den Slots Füße sein einmal hier und Umhang beziehungsweise Kopf kann ja eh nicht rauskommen also sonst wäre es überall ein Upgrade und wie ich mein Glück kenne, werde ich bestimmt einen von diesen beiden Slots erwischen so, ich würde sagen, wir machen jetzt die Kiste mal auf und ich drücke, ähm, ich drücke mir selber die Daumen und ich hoffe, ihr drückt mir auch die Daumen ich brauche eine Waffe hab ich gekriegt, ein Gürtel, oder? ja, Gürtel, Tempo Mastery ist okay lieber hätte ich es natürlich als Handgelenke oder Waffe oder so gekriegt, ne, oder Trinket, was noch lower ist aber Gürtel ist okay können wir wieder, können wir wieder ein bisschen pushen, jetzt kann ich den gleich weghauen ja, ist jetzt kein, kein großer Wurf, aber ich hab immerhin auch ein bisschen Titanenresidium gekriegt ähm, hab jetzt quasi 1188 Titanenresidium, was schon mal recht nice ist denn, ähm, dann kann ich mir nächste Woche, oder? jetzt muss ich mal gucken, wie es genau kostet nächste Woche noch einen Teil kaufen und zwar einen 415er, ne ähm, muss mal schauen, wenn dann Brust oder Schultern würde ich mir dann kaufen das muss ich jetzt mal bloß schauen welches bei dem hinteren Boss traut vielleicht mach ich den zweiten Boss ja mit dem auch demnächst noch in Mythic, da muss ich mal gucken so, jetzt schauen wir mal hier, was der verkauft für 1700 1188 hab ich schon quasi ja, muss ich halt noch gucken ja, oder ich tu hier mal noch ein paar Köpfe klein machen ne, das kann ich natürlich auch machen Alter, krieg ich nicht genug raus, ne ein Titanenresidium ne, dann muss ich bloß mal noch gucken, was ich, äh, von den Bossen hab und zwar der droppt Schultern und Gonk droppt die Brust also werde ich mir wahrscheinlich erst die Schultern kaufen weil, ja, Gonk der hintere Boss ist gut, das war's dann auch schon wieder mit einem kleinen Opening mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart euer Tela, bis zum nächsten Mal und ciao